ja hallo hier wieder euer tos und mit let's play is karim die unendliche und wir sind wieder bei der trunk stage session ja bruchstücke der vergangenheit das ist der quest den wir angenommen haben und wir haben mittlerweile schon einiges erledigt aber bringe die bruchstücke der klinge von brüren wie auch immer der heißt in deinem besitz und bringe den knauf in den besitz und dann müssten wir das auch zurückbringen ja wir sind hier auf dem weg haben jetzt ein pferd gehabt aber das ist eher hinderlich wir müssen noch mal auf die magie zurückgreifen hell sehen und schauen wo es lang geht und nämlich darauf und weil wir gebeten wurden zu zeigen wo wir auf der karte sind nämlich hier das ist im markt hat und wir müssen da glaube ich um den ganzen berg herum dahin nämlich echt ein schmarrn ja und wie gesagt ich habe das ja bis hierher schon mal gespielt da kommen echt böse die jungs auf uns zu bären was bist du hier und nicht weiter abgeschworener kann ich mit reden ich warne euch zurück ja lass mich in ruhe ich will nichts von dir abgesprochen ja und schon weg ist wir gehen natürlich nicht leute die einfach nur zu blöd sind um zu kapieren ja verschwind endlich oder du hast ich warne euch ja ja abgesprochen ich will damit eigentlich nichts zu tun haben hat dich kennen wir ich nicht eins zwei drei da gibt's ne nordische sage da unten müsste noch eine sein irgendwo ne dritte nämlich ja das ist so ein gimmick aber wie gesagt wir laufen dazu und wir schauen uns mal kurz um das kommt ja echt cool da oben weil wir haben gesagt wir laufen nur tagsüber aber nachts ist es ja extrem stylisch hier so schauen wir mal auf der karte ob wir gleich mal da sind noch lange nicht aber egal doch wer bist du ja das denke ich auch ja die laufenden außen rum ja passt ihr merkt schon leute ich bin nicht auf konfrontations kurs je weniger kämpfe desto besser finde ich hier ja aber jetzt sind wir gleich drin da schaut so noch traurig aus jetzt hör auf na was machen wir mit dem typen da das sind eins zwei drei vier stück wieso denn eigentlich ruine das will ich ja auch nicht das sind zauberer ja jetzt haben wir schwierigkeiten glaube ich zauberer mag ich überhaupt nicht wenn dem so ist dann ein herausforderer ist in der Nähe so wir brauchen da jetzt wirklich den äh verbesserten schutz sage ich mal ja und dann brauchen wir auch noch die starke heilung kurz einmal in die rechte hand so so wieso haben wir da jetzt wirklich äh beim heilen schwierigkeiten das verstehe ich nicht aha die kette fällt ne war schon ja ok schauen wir uns das mal an was die da machen ich glaube da müssen wir nicht aufpassen ja da ist ja die hölle los gibt es noch mehr da ist noch mehr da ist noch mehr da oben ich nehme mal da irgendwas in die hand ich schätze mal ein schwert ok das ist ja oh da fällt ja alles zusammen oh wer ist denn da was war denn jetzt los ja denke ich auch was haben die gedacht was da jetzt passiert mit uns hat ja es ist immer blöd wenn man nicht weiß welche gegner man hat ja da ist lauter schmarrn ja klar und ich denke da unten wird es auch noch beschwörer geben also später abgeschwanden das ist schmarrn das ist schmarrn das ist schmarrn das ist schmarrn wir sind noch immer mehr wolf ja habe ich doch nie eingesetzt ich habe das ding auch nur weil wir einfach nicht krank werden natürlich einmal haben wir es abgeschworenen achsen wir könnten einmal mitnehmen dass wir es auch haben irgendwo ich bin mir nicht sicher irgendwie da rauf müssen jetzt da liegt auch ein bald elf armer teufel was ist mit dir passiert ok ok schauen wir mal rein gold und warum liegst du da unten also wir haben dich nicht gekillt wir waren das nicht so ich muss jetzt kurz mal noch auf die helserei zurückgreifen wir müssen doch darauf drüben liegen noch jungs ich durchsuche das zeug einmal und ich melde mich gleich wieder wenn wir dann da rauf laufen ok ja kleiner schnitt so leute ich habe den außenbereich durchsucht da gibt es nicht viel zu erkunden ein paar zaubertränke und eben die rüstungen dieser abgeschworenen und ja der marker zeigt da rein es gibt wahrscheinlich mehrere wege da rein und ich schätze mal da werden zauber auf uns warten zuerst da respawn ich unsere jungs kurz und dann schalte ich mal auf verbesserten schutz ja weil ich denke mal da werden ja ein paar böse jungs auf uns warten da drin und da gehen wir mal rein ruckzuck ich habe mittlerweile eine trockene zunge ja komm her ruckzuck ich komm doch nicht weg echt sorry leute ich wollte euch was bieten hier aber das ging auch nicht zaubertrank ein buch ja schmarm da in der third person das haut einfach nicht hin mit dem suchen gell ja egal wir schauen da mal weiter da liegt ein kartoffel das ist ja was anderes egal wir schauen mal so da das salz ja und fleisch ohne fleisch ja ich habe angst vor zauberern leute ja das stimmt ich habe echt angst vor zauberern einmal schmarm eisendolch eisen wir das nehmen wir fell gusseisen wir könnten auch mal schleichen ne da liegt ein tot ja wir gehen da mal rauf wir machen das ganze klar hier wir wir respawnen da oben ein paar adonaren einmal schnell oder auch da hinten mal nein ja was ist denn da los hier sollen wir es probieren ich bin beim schloss knacken eher so ne null ja perfekt haut hier hin ja genau in dem mittel auf nichts versteht ihr das super super so ja glück gehabt was ist denn da jetzt ich sehe schon wieder nichts das kann ja nicht sein wieso Veränderungen wir haben da Kerzenschein komm her ja ja da liegt der bär bandit eingesperrt und hingerichtet esenpfeile gold nehmen wir und das war's dann auch schon du armer teufel da da was da alles herum ja noch mehl und so ein schmarrn in den urnen ist immer geld drin und ich verstehe auch nicht warum das so sein soll Wein Wein schmarrn da ein schlüssel genau den brauchen wir Wein brauche ich auch nicht Knoblauch ok ja also ihr habt gesagt ich soll in der Feldpürsen weiterspielen und das machen wir auch ja Lehrling das machen wir doch auch ist ruckzuck offen keine Ahnung warum ist das hängen muss nö ok ok da liegt noch einiges Holzteller und so leiden ja lauter schmarrn da gibt's noch was ja 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 die jungs ja 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 cool cool ähm die Blitzsauer die mag ich überhaupt nicht ja Dornenherz ja ja eben als solch der hat was der hat einen Wert ja das und Seelstein und Gold und ja das lassen wir auch schon wir machen da einfach den ganzen Bunker klar ja leere weinflasche habe ich da jetzt mitgenommen echt wahr kann das sein ja klar da so weizen und fass den kohl könnt ihr euch sparen schlachter schlachterfisch schuppen die sind extrem cool für wiederherstellung sauber ja ja wollte ich nur mal sagen so nebenbei und da eine Truhe eröffnen geweihte Schwert und so und ja das nehmen wir doch auch gleich mit solange wir noch können stirbt das Ziel innerhalb Jahr ist auch was wert Dietrich Gold und die ja einiges hier ja ja okay gut so wo geht es denn hier weiter äh ich muss den nächsten Zauber einfach äh wir müssen da in eine andere Richtung da rein nämlich aber da gibt es ja noch eine Holzer ja wo kommen wir dahin noch mehr an Himmelsranter wollen wir nicht hin okay Leute äh wir sind ja glaube ich im ersten Stock jetzt wo wir hätten hin sollen von außen aber ja hurra da gibt es keine Gegner mehr gleich wieder mal rein und ich mache da dann gleich mal einen Schnitt ja und wir holen uns was auch immer jetzt unser Auftrag ist und machen eine kurze Pause unsere zwei Jungs und die Tosita und ich verabschieden uns jetzt hier machen aber gleich weiter bis gleich euer Toso Ciao